Der Lüneburger Stadtteil Kaltenmoor. Das Zuhause für etwa 10.000 Menschen, aber viele haben hier einen ungewollten Untermieter, Schimmel. Auch bei Iman Omairath hat sich der schwarze Schimmelpilz in der Wohnung breitgemacht. Seit wann sieht das so aus hier? Ja, maximal schon zwei Jahre. Seit zwei Jahren schon? Und da hat niemand was gemacht? Nein, die kommt nur einmal, streichen ganz normal und weg und wiederkommen. Nicht nur im Badezimmer, auch im Kinderzimmer ist Schimmel an der Wand und inzwischen auch an den Möbeln. Bei meinem Rundgang durch den Stadtteil spreche ich andere Anwohner an. Fast alle erzählen mir, dass sie zu viel Feuchtigkeit in der Wohnung haben. Auch Michael Bugenhagen hat den Schimmel als ungewollten Untermieter. Er ist sich sicher, das liegt vor allem an der schlechten Bausubstanz der Häuser. Die Substanz ist insofern marode, dass die Feuchtigkeit überwiegend auch von außen kommt, nach innen reingeht und dann hast du Tapete an der Wand, hast du Schimmel in der Wohnung. Also da kannst du machen, was du willst. Du kannst lüften, wie du willst. Du kannst heizen, wie du willst. Schimmel. Die Vorwürfe der betroffenen Mieter richten sich an ihren Vermieter Vonovia, den größten Vermieter Deutschlands. Der kümmere sich nicht um den Bestand seiner Wohnungen hier in Lüneburg-Kaltenmoor. Seit etwa zwei Jahren besitzt Vonovia 700 Wohneinheiten in diesem Viertel. Viele sind sozial gefördert, sprich, die Miete wird auch mit Steuergeldern finanziert. Eigentum verpflichtet, sagt mir Uwe Nehring von der Stadt Lüneburg. Auf Vonovia ist der Quartiersmanager von Kaltenmoor nicht gut zu sprechen. Letztendlich, sag ich mal so, ist sozialer Wohnraum jedenfalls in der jetzigen Zeit in Deutschland, nicht nur in Lüneburg. In Deutschland eigentlich eine attraktive Einnahmequelle. Und deswegen erwarten wir eigentlich auch, dass solche Konzerne, die diesen Wohnraum kaufen, sich auch um ihren Wohnraum kümmern. Auch um den Schimmel in den Wohnungen müsste sich Vonovia kümmern. Ich frage beim Unternehmen nach und erhalte eine Antwort per Mail. Vonovia schreibt, Wenn uns Mieterinnen und Mieter Schimmel melden, schicken wir umgehend unsere speziell ausgebildeten Mitarbeiter vorbei, die eine Ersteinschätzung vornehmen, den Schimmel beseitigen und in schweren Fällen Techniker und Gutachter beauftragen. So haben wir auch in den Fällen in Kaltenmoor gehandelt. Im Fall von Iman Omairath sei einmal ein Handwerker vor Ort gewesen. Der habe den Schimmel zwar kurzfristig beseitigt, aber offenbar nicht die Ursache. Und das haben auch zwei unabhängige Sachverständige erkannt, die für uns den Schimmelbefall untersucht haben. Jetzt speziell für diese Wohnung, es besteht sofortiger Handlungsbedarf, den Schimmelpilz fachgerecht zu entfernen. Eine Schimmelpilzsanierung sieht so aus, dass man befallenes Material ausbaut. Man muss es ausbauen, muss es entfernen, man muss die Oberflächen reinigen, man muss die Luft filtrieren und eine Luftmessung machen, um eine Sporenfreiheit nachzuweisen. Und dann kann man wieder fachgerecht aufbauen. In der Wohnung von Iman Omairath wurde der Schimmel offensichtlich nicht fachgerecht beseitigt. Dabei hat die Mieterin schon mehrmals bei Vonovia angerufen und von ihren Schimmelproblemen erzählt. Sie hatte aber nie das Gefühl, dass sich dort jemand für sie interessiert. Natürlich, ich bin sauer. Ich habe Kinder zu Hause, dass mein Sohn auch krank, Asthma und Allergie auch. Ich bin richtig sauer. Die Stadt Lüneburg hat für die Mieter in Kaltenmoor vor kurzem eine eigene Mieterberatung eingerichtet. Diese steht den Anwohnern zur Seite, wenn sie Probleme mit ihren Vermietern haben, auch beim Kampf gegen den Schimmel. Das erst die Redezeit hat ihn, dass die Mieter haben, die MieterInsteimation hat er wahrscheinlich reinigetert. Die Mieterinnen und Frauenberatung und Aven stitched побед력